Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute haben wir wieder ein paar Leaks. Diese umfassen neue Pokémon, die womöglich letzte Entwicklung von Felori, sogar mit Attacken-Animationen und nochmal die ganze Zusammenfassung der kompletten Gimmicks. Also Regionalform, regionale Fakes, Zukunftsform, Kristallisation, das und vieles mehr bekommt ihr jetzt. Fangen wir mal wieder an bei Pokémon Leaks und dieser hat hier wahrscheinlich womöglich wieder ein Pokémon aus dem Spiel. Und zwar dieses hier. Das sieht aus wie ein Wasser-Pokémon auf jeden Fall schon mal und es geht denke ich mal so in Richtung Robbe. Das Pokémon wurde hier auch wieder von dem User MattZygertCore redesigned und das sieht mir wirklich aus wie ein ehemaliges verworfenes Konzept eines Beta-Pokémon. Oder nicht? Also es kommt mir definitiv sehr bekannt vor. Aber was denkt ihr Freunde? Ist das hier wieder ein Fake oder könnte es sogar wirklich ein originales Pokémon sein? Kommen wir jetzt aber mal zu der vermeintlich letzten Entwicklung von Felori. Und hier haben wir natürlich ein Zweibeiner, aber dieser passt gut ins Konzept zu dem, was wir ja schon gesehen haben. Also wir haben ja schon dieses Pokémon mit diesem dunklen roten Kragen gesehen und mit dieser dunklen Gesichtsmaske. Ja gut, das passt jetzt nicht ganz zu der letzten Entwicklung, die wir hier sehen, denn diese ist nach wie vor grün gehalten, also in so einem dunklen Grün. Weswegen man entweder davon ausgehen kann, dass das Bild, das wir letztens gesehen haben, vielleicht die Zwischenstufe von Felori sein könnte. Oder natürlich ein Fake. Oder dieses Bild ist hier einfach ganz klar ein Fake und wir müssen erstmal schauen, welches von beiden dann real ist. Aber es sieht natürlich schon sehr interessant aus. Es sieht so aus, als würde es hier so eine Art Entwicklung ausführen. Aber oben steht drauf Attack Animation. Also es könnte auch so eine Spezialattacke natürlich von der letzten Felori-Entwicklung sein. Aber Freunde, was denkt ihr? Ist natürlich wieder richtig in so einer Billow-Qualität gefilmt, wo man auch nur das halbe Pokémon gefühlt erkennt. Aber es sieht halt schon ziemlich real aus eigentlich, auch wenn ich finde, dass der Hintergrund vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Aber ja gut, was sind denn eure Meinungen zu dieser Felori-Entwicklung? Dann haben wir dieses Hootsasa, was ich euch letztens im Video gezeigt habe, hier nun auch in-game. Und irgendwie sieht das auch ein wenig seltsam aus. Denn scheinbar scheinen wir gegen dieses Amungis zu kämpfen. Oder wir kämpfen mit dem Amungis. Es könnte sein, dass wir gerade gegen ein wildes Pokémon kämpfen. Aber da fehlt mir dann irgendwie auf der Seite des wilden Pokémon die Anzeige der KP. Und wenn es ein Trainerkampf sein sollte, dann finde ich es irgendwie seltsam, dass wir keinen einzigen Trainer sehen. Schauen wir mal in die Kommentare rein. Da sagen auch viele, es sei Fake auf jeden Fall. Aber ja, schwierig. Es könnte natürlich auch wieder Real sein und die Leute denken nur, es ist Fake. Aber auf dem Bild finde ich zu viele Ungereimtheiten, wenn ich ehrlich bin. Hier fehlt mir einfach zu sehr irgendwas, was es für mich Real aussehen lässt. Aber wieder mal die Frage an euch. Was denkt ihr, Real oder Fake? Dann kommen wir zum nächsten Bild. Und hier kann man eigentlich schon ziemlich safe sagen, dass es Fake ist. Denn wir sehen, wie hier ein Lavita gegen ein scheinbar neues Pokémon kämpft. Aber direkt in der Kommentarsektion haben wir das originale Bild. Und zwar wurde einfach das Pikachu von dem Trainer gegen dieses neue Pokémon ausgetauscht. Denn wir sehen, hier ist eigentlich alles gleich. Der Hintergrund ist gleich mit diesem einen Turm und mit diesem Windkraftwerk im Hintergrund. Und es ist halt auch Lavita, das hier gegen dieses Pokémon kämpft. Nur, dass hier diese Anzeige mit Battle Pokémon Back und Run hinzugefügt wurde. Und natürlich noch die KP-Anzeige und die Information zu der Anzahl der Teammitglieder. Das wurde alles noch hinzugefügt. Dann hat Pokémon Leaks hier noch ein Bild von einer Filori-Entwicklung gepostet. Und drüber geschrieben Sprigadito Evolution. Was schon eher darauf schließen lässt, dass es die Zwischenentwicklung ist. Und diese hat auch irgendwie so ein pinkes Gesicht. Könnte natürlich sein, dass es so eine Shiny-Form ist von der Weiterentwicklung. Denn dieses passt auch nicht ganz zu dem einen Abschnitt, welches wir letztens gesehen haben. Mit dieser dunkelroten Blume und mit diesem dunklen Ansatz vom Gesicht und von der Maske. Ah, schwierig. Könnte halt auch wieder so ein offensichtlicher Fake sein. Oder vielleicht ist es halt auch wirklich die Shiny-Form. Wäre nicht das erste Mal, dass irgendwo mal ein Pokémon geleakt wurde. Und diese war dann am Ende die Shiny-Form. Also wieder mal die Frage an euch. Was denkt ihr darüber? Dann haben wir von Riddler-Crew noch ein paar Hinweise zu den Starter-Pokémon und deren Entwicklungen. Und zwar schreibt er zu dem Feuer-Starter. Wenn sie neugierig sind auf das Feuer-Pokémon, hat die mittlere Stufe ein Flammenei auf dem Kopf. Es sieht auch aus wie ein Hut in der Runde. Und das mit dem Ei auf dem Kopf könnte ja gut zu dem passen, was wir schon in den vergangenen Leaks vom Riddler gesehen haben. Und zwar dieses Huhn auf dem Krokodil. Vielleicht ist die letzte Form von dem Feuer-Starter nicht ein Krokodil mit so einem Hahnkranz-Ansatz. Sondern vielleicht ein Krokodil mit einem flammenden Ei auf dem Kopf. Das würde halt auch gut zu diesem Bild passen. Zu dem Wasser-Starter schreibt er, Wasser verwischte die Gesichtszüge von Tanz und V. Und das könnte halt auch gut passen, dass die letzte Form vielleicht wirklich so ein tanzender V ist oder so etwas in der Richtung. Zu dem Pflanzen-Pokémon schreibt er, Gras hat die Gesichtszüge von Maske, Clown und Herrendieb. Und das mit der Maske und dem Clown, das können wir ja schon den Bildern entnehmen. Dass es hier vielleicht wirklich so ein Zorro-Konzept sein könnte oder so ein gestiefelter Kater-Konzept. Das passt, denke ich mal, sehr gut auf diese Beschreibung. Und nun haben wir auch ein Tweet über die Anzahl der Pokémon in den neuen Spielen. Sie können daraus schließen, dass Titan relativ eine etwas größere Menge an neuen Mons bekommen hat. Stellen Sie sich vor, dass in Gen 6 alle Mega-Entwicklungen Decksnummern bekommen und neue Pokémon sind anstatt nur Formen. Und ja, in der 6. Generation war es ja so, dass die Mega-Entwicklungen keine externen Nummern bekommen haben, sondern zum Beispiel Glurak hatte ja 2 Mega-Entwicklungen. Diese haben aber trotzdem noch die Nummer von dem normalen Glurak gehabt. Kommen wir dazu mal zu einem Tweet von Zentroleaks. Und zwar schreibt er, Konvergente Arten, eine kleine Gruppe neuer Pokémon, die alten Pokémon sehr ähnlich sehen. Sie sind völlig unabhängig von ihren ursprünglichen Gegenstücken, aber aus Meme-Gründen so ziemlich eine Umfärbung. Sie haben auch unterschiedliche Typen, Namen und Pokédex-Nummern. Und das wird jetzt hier ziemlich interessant, denn in einem anderen Tweet schreibt Zentro folgendes. Die alten Formen und möglicherweise zukünftige Formen, die auch von regionalen Fakes vom alten Leaker erwähnt werden, haben ihre eigenen Namen und ihre eigenen Pokédex-Nummern, obwohl sie im Grunde Klone des ursprünglichen Pokémon sind. Das finde ich sehr interessant, dass womöglich auch diese alten Formen und Zukunftsformen tatsächlich nicht wirklich die normalen Pokémon sein sollen, sondern im Grunde genommen eigenständige Pokémon, die sogar ihre eigenen Pokédex-Nummern bekommen und eventuell sogar anders heißen könnten. Aber er schreibt noch, Und das ist verrückt, lol. Und das klingt wirklich verrückt. Und das sollte eigentlich sogar diese Annahme bestätigen, dass wir nicht während eines Kampfes quasi ein Pokémon in die Vergangenheits- oder Zukunftsform bringen können, sondern dass diese Pokémon wirklich unabhängig existieren, also dass man sie auch wirklich wild antreffen kann. Was eventuell storybedingt sein könnte, dass es vielleicht wirklich wie in Legenden Arceus zum Beispiel einfach so ein Riss in der Raum-Zeit-Zone geben könnte, so dass ab und zu mal wirklich solche Raum-Zeit-Krümmungen entstehen könnten, dass wir diese Vergangenheits- und Zukunfts-Pokémon antreffen könnten. Denn es hieß ja auch, dass Legenden Arceus nur ein Appetizer von der neuen Generation sein soll und warum nicht dieses Konzept übernehmen mit den Raum-Zeit-Verzerrungen. Und nun auch hier die Zusammenfassung der Gimmicks. Der alte Leak hat erwähnt, das Haupt-Gimmick, Kristallisation. Also dieses, was ich euch ja schon im letzten Video erklärt habe, dieses Ball-Item, was man von Nemila bekommen soll, kann man vor jedem Kampf dem Pokémon geben und man kann sich entscheiden, was für einen Typ man ihm gibt. Und wenn dieses Pokémon im Kampf dann eine Attacke von diesem ausgewählten Typen einsetzt, dann bekommt es einen Step-Bonus auf die Attacke, obwohl es den neuen Typen nicht annimmt. Dann gibt es noch regionale Fakes und neues Konzept-Pokémon, was hier wahrscheinlich die Vergangenheits- und womöglich auch Zukunftsform sein könnten. Der neue Leaker hat erwähnt, Kristallisation verbessert anscheinend einen Typ, den sie wählen. Uralte und möglicherweise zukünftige Klone von Pokémon. Da ja zu den uralten Pokémon wahrscheinlich nur Leaks von Karmesin gezeigt wurden, ist noch nicht klar, ob es auch zukünftige Formen geben wird, aber ich denke mal, dass es dann in Purpur definitiv die zukünftigen Formen geben wird. Zentro erwähnt aber noch und natürlich sind regionale Formen und regionale Evolution immer noch da. Dies ist die Generation von Klonen. Also zusammengefasst, wir werden immer noch die normalen regionalen Formen haben, werden aber noch regionale Fakes haben und noch Vergangenheits- und wahrscheinlich auch Zukunftsformen haben. Ja, das klingt schon sehr danach, dass die Generation sehr viele Formen haben wird und auch sehr viele Klone. Da bin ich sehr gespannt, wie das am Ende umgesetzt wird, wenn das wirklich real sein sollte. Hier gibt es jetzt noch eine genauere Erklärung zu regionalen Fälschungen, und zwar noch eine andere Art von Klonen. Dies ist eine kleine Gruppe neuer Pokémon, die aus Meme-Gründen existierenden Pokémon lächerlich ähnlich sehen. Zum Beispiel hat Dicta anscheinend einen Klon, Fälschung vom Wassertyp. Ein Aal, der sich verhält und dessen Gesicht wie Dicta aussieht. Und dieses Design hatten wir ja schon mal früher geleakt bekommen, und der Riddler hatte ja auch schon eine Anspielung darauf gemacht, indem er dieses Bild gepostet hat. Dann noch eine Erklärung zu alten und zukünftigen Formen. Alte und zukünftige Pokémon-Klone. Bisher sind nur antike Klone bestätigt, wie die Quelle Scarlet gespielt hat. Besteht aus alten und zukünftigen Formen bestehender Pokémon. Sie erhalten jedoch ihre eigene Pokédex-Nummer und ihren eigenen Namen, sind brandneue Pokémon und nicht nur Formen. Und nochmal eine kurze Erklärung zu der Kristallisation. Wird von den meisten NPCs verwendet, ändert das Aussehen ihres Pokémon und verstärkt einen bestimmten Typ, den sie auswählen können, sodass es im Grunde einen zusätzlichen Step erhält. Es wird durch die Verwendung eines Objekts aktiviert, und ja, vermutlich dieses Ball-Objekt, das wir von Emila bekommen. Und ja, Freunde, das war's dann mit dem Leak-Video für jetzt. Ich denke mal, dass im Laufe des Tages noch ein weiteres kommen wird, denn wir haben noch einige Informationen, die wir besprechen müssen, und da könnt ihr sehr gespannt darauf sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, und ciao! Bis zum nächsten Mal,